hallo sportfreunde und damit ein herzliches willkommen zurück zu einem neuen weiteren part von let's play fifa 14 heute ein weiteres test spiel mit den ersten fc köln heute einen richtigen kracher du der erste fc köln spielt gegen ajax amsterdam also wir haben richtigen brocken alter das bin ich mal sehr gespannt wir gucken mal kurz büro rein weil die spieler haben geschrieben spieler hoch so hallo chef ich hoffe sie rotieren mal ein bisschen umgeben sie mir ein wenig spielzeit so maximilian thiel 20 jahre jung das kann man ja machen sogar mir adl ok 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 ja verstehe ich kann ich völlig verstehen lieber spieler so wir gucken mal ganz kurz auf die mannschaft aber gegen ja ich weiß nicht also gegen amsterdam will ich den jetzt nicht unbedingt dran lassen den thiel und deswegen würde ich mal sagen wir lassen mal einfach die ausstellung und ich würde sagen wir streiten zum nächsten spiel ajax amsterdam gegen den ersten fc köln wir haben jetzt einen richtigen brocken zu gast das kann ja was werden so die trikots wie senden die aus nehmen wir mal schwarz wir spielen mal in rot oder wartet mal wir spielen mal in weiß die spieler in schwarz so in der amsterdam arena 19 45 das kann ja was werden so die ausstellung das stimmt alles deswegen würde ich mal sagen auf geht's zum spielen so bronze level fortgeschrittenes dribbling ach du scheiße da ok ok das hatte ich glaube schon mal ach genau das war genau das muss man durch hier so sprinten muss man natürlich schnell machen aber wir müssen auch genau durch die dinger wieder durch so na kommen war nicht die latte mitnehmen so spielen wir ja ein bild minecraft oder was scheiße gar nicht so leicht war torschuss super zu bronze hat sich ganz gereicht scheiße naja aber ich würde sie zwar nicht wiederholen deswegen würde ich mal sagen wir versuchen es nächste mal erneut aber jetzt nicht wir starten zum spiel zum topspiel des abends Ajax Amsterdam gegen den Zweitligas 1. FC Köln. Ich habe Gänsehaut, Freunde. Gänsehaut stimmen natürlich auch im Stadion hier. Ach, das ist geil. Ich feiere das immer wieder. So, die Ausstellung von Ajax Amsterdam hier sehen wir. Sind natürlich alles Topspieler. Also gegen Köln, das wird schon... Ich hoffe mal, wir bekommen keine Klatsche. Gegen Ajax ist das schon so fast wie in Champions League Finalist. So, ich würde einfach nur sagen, wir auf gut Glück. Wir haben Anstoß. Wir geben alles für den 1. FC Köln. Ganz Köln guckt natürlich hier zu in dem Spiel. Also nicht in dem Spiel, nicht in dem, was ich gerade letztes Spiel, sondern virtuell. So. Halt. Okay. Na gut. So, da haben wir gleich Risse. Der kommt aber nicht ganz durch. So, da vorne steht jemand. Den können wir eigentlich zuspielen. Sehr schön. Marot. Hector. Ein bisschen habe ich auch wieder drin. Weil wechselt ja über sich hinaus diese Spiele. Ich weiß es nicht. so 0-0 würde mir eigentlich auch reichen, aber ein Sieg wäre natürlich brillant. Ich würde mich sogar für eine 1-0-Niederlage noch zufriedenstellen, aber höher nicht so richtig. Da bin ich nicht so richtig der Freund von. Deswegen einfach alles geben, alles ins Spiel reinstecken, kämpfen und siegen. Das heißt, das Motto nicht aufgeben, Freunde. Oh. Oh. Oh, ich hoffe, der ist jetzt nicht verletzt. Das wollte ich gar nicht. Ei, 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 da liegt ganz schön. Warte mal, fair play. Ich hau den mal raus. Einfach weil fair play, ne? So. Ah, da hat er sich verletzt. Das tut mir natürlich leid. Sorry, lieber Amsterdam-Spieler. Das wollte ich nicht. Und deswegen gleich den Ball wieder nach vorne geben. So, jetzt. Ja. Kommen wir nicht ganz durch. Da wäre ein Mitspieler gewesen, aber der kommt ein bisschen zu spät an. Deswegen habe ich nicht abgespielt. Wow, jetzt der erste Schuss. Ah, kommen wir ab, wir haben. Super. Wow, was macht denn Hector? Alter. Was war das denn? Scheiße, jetzt haben wir eine Ecke. Aufpassen, Jungs. Die Jungen. Wow. Rausschlagen, das ist ja das Ding. So, gute Schussgelegenheit, aber natürlich vorbei und deswegen Abschluss von der 1. FC Köln. Great. So. Sana. Ach Mensch, die Sonne spielt über die Außenseite. So, der fangt rein. Ja, das ist keiner, aber zum Glück ist da einer von unseren Jungs. Jetzt kann schnell gehen, wieder Uca. Na komm, du machst das Ding heute, Uca. Kommt er durch, das sind zwei Spieler. Der hat ein wahnsinniges Tempo drauf. Uca kommt zum Schuss. Na ja, es war eine gute Chance. Also, der ist ganz schön davon gezüchtet, der Uca. Fast drei Spieler mitgenommen, aber am Ende war der Raum halt zu eng. Und deswegen musste man gleich schießen. Jetzt komm. Ja. Direktschuss. Na ja, kein Direktschuss, aber jetzt. Ah. Das war Abseits, oder? Ja, Abseits. Viel. Natürlich nicht so gut. Ah, Fehler. Nein, Alter. Hier. Freistoß, Kollege. So, da gibt's Freistoß für uns. Die gelbe Karte für Moisander. So, und da gucken wir mal, wer hier den Freistoß ausführen wird. Ähm, den haben wir da. Den würde ich eigentlich nicht schießen, hat er ehrlich gesagt. Huch. Hallo. Nein. Ach, jetzt spielen wir nur drei Spieler, Alter. So, komm, wir versuchen uns einmal auf gut Glück. Hätte ich jetzt den Saljowitsch von Offenheim, der würde das Ding gleich rein nageln. So, auf gut Glück. Komm, schieß das Ding rein. Ah, knappes Ding. Ein bisschen höher, da wäre er drin gewesen. Alter, was macht denn der Fischer da? Das gibt's doch gar nicht. Da spielt doch keiner. Das war schlecht gespielt. Ja gut, bei dem Druck gegen Ajax, Amsterdam, Köln gegen Ajax, da kann man das verstehen eigentlich. Ah ja, natürlich darf der Druck nicht zu hoch werden. Und die Siegerzahn. Da fahren wir Fischer über die Außenseite. Flankt das Ding rein. Sana. Oh, ah, yeah, 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 yeah. Ganz schön knappes Ding. Da gucken wir nochmal die Wiederholung an. Oh, ah, das war knapp. Das war knapp. So, jetzt weit nach vorne rum. Es steht noch 0 zu 0, also wir können noch rausreißen, die Partie. Ist das jetzt so ein Ball vielleicht? Nein, der kommt nicht gut an. Fischer nochmal über die Außenseite. Blind. Ja, da kommt keiner von unseren Jungs ran. Aufpassen. Fünf Minuten nach Spielzeit. Alter. Siegerzahn. Wow. Raus das Ding. Raus das Ding. Einfach nur raus das Ding. Gänsel. Den müssen wir stoppen irgendwie. Der scheint schnell unter die Sohle zu sein. Eieiei. Eckball. Na gut. Winding ist geklärt. Die Ecke hat die Jungen. Da müssen wir aufpassen. Die haben Kopfballstarke Spieler. Sehr gut. Aber natürlich haben wir auch welche. So, jetzt kommen Angriffswelle von der 1. FC Köln. Alter, Schiedsrichter hätte sie noch weiterlaufen lassen. War das irgendwie typisch hier auf FIFA? Bist du am Ball, das ist wie wenn ich gegen Freunde spiele, dann pfeift der Schiedsrichtersteife ab. Der Hund. Naja, gut. So, die andere Partie haben wir hier. Der Kräuter führt, führt gegen Galaxy. Oi, das ist ja... Lierse führt gegen Sandhausen 1.0. Und Portsmouth 0.0 gegen Union Berlin. Na gut. Aber Kräuter führt überraschend gegen Galaxy. L.A. Galaxy. Das ist ja doch lieber hier... Das ist ja doch ein ganz schöner Brocken hier, Galaxy. Aus der USA. Aber wir haben natürlich den größten hier, Ajax Amsterdam. So, und ich hoffe, dass es doch bald einschlagen wird bei Köln. Aber nicht gegen Köln. So... Sana. Will da irgendwas fabrizieren, aber wir schlagen den Ball in letzter Minute noch raus. Oder haben wir ihn rausgeköpft irgendwie? Müssen wir das Ding reinflanken? Äh, sorry. Nein! Ach, gut aufgepasst worden. Jetzt können wir mal direkt mit einem Anschlag nach vorne... Ah, das war ein Fehler. Aufpassen, aufpassen. Ah. So, sehr gut. Aufgepasst. Aber natürlich ist die Sache noch nicht bereinigt. So, Endsch. Na komm. Den müssen wir doch irgendwie stoppen. Alter. Wah, das wird gefährlich. Gut gemacht. Irgendwie nochmal nach vorne. Jetzt ist die Sache geklärt. Utscha, der könnte den Ball jetzt weit nach vorne. Alles sehr gut. Helmes. Mit dieser Chance könnte er was aufreißen. Helmes. Ah, kommt da nicht durch. Gute Chance aber. Also, muss man ja lassen. War ein sehr schöner Angriff von Köln. So, Sana. Die müssen jetzt natürlich hier auch alles geben. Ich kann gerade irgendwie gar nichts mehr machen. Hallo? Das kann ich noch, aber irgendwie hängt das Menü gerade... Nein! Nein! Na, super. Ach, Alter. Das darf jetzt nicht wahr sein. Das ist natürlich ein Traum, wartet mal. Ich mach mal kurz hier Dingens. Nein, das Menü hängt. Ich will nicht. Scheiße. Das ist wahrscheinlich ein Bug. Na gut, ich muss da leider die Folge beenden. Hoffentlich geht das Spiel nicht vor. Aber ich will es ehrlich gesagt nicht nochmal spielen. Und deswegen beende ich mal diese katastrophale Folge. mit diesem kleinen Hänger hier bei FIFA 14. Das gibt Minuspunkte, Freunde. Immer schön mitschreiben. So, und deswegen sag ich mal Tschüss und auf Wiedersehen. Und ich hoffe mal, dass es die nächste Folge wieder besser wird. Und alles läuft. Und naja. Tschüssi, Koski und Adieu. Tschüssi, Koski und Adieu.